So Leute, das ist Falkons Flight, die höchste, schnellste und längste Achterbahn der Welt. Intermin hat hier heute diesen Frontcar, das Frontcar, revealed. Und ihr werdet hier, wie ihr seht, gibt es eine Scheibe, keine Sicherheitsbrillen tragen müssen. Over the shoulder lap bars. Und guckt euch dieses Prachtexemplar von Achterbahn einfach mal an. Sechs Züge insgesamt wird es gehen bei der schnellsten, höchsten und engsten Achterbahn der Welt für Sixflex Kedia. Und Wahnsinn, einfach Wahnsinn, zieht euch das rein. Und mehr dazu demnächst auf jeden Fall bei uns noch auf dem Kanal. Und eure Meinung zu dem Frontcar von Falkons Flight gerne in die Kommentare.